Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Zwermann-Analyse. Vor kurzem erst hat der DAX ja ein neues Allzeithoch erreicht, ist jetzt aber erstmal wieder in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Ob das Ende der Fahnenstange damit erstmal erreicht ist und wie es um den Währungs- bzw. Rohstoffmarkt bestellt ist, darüber spreche ich jetzt mit Chris Zwermann von Zwermann Financial. Zwermann, starten wir erstmal mit Korrelationen. Einmal der DAX und die Korrelation zum Euro-Dollar-Kurs. Was fällt hier auf? Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist ja so, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo eigentlich der Dollar schwächer gehen sollte, was eine Unterstützung für die Märkte allgemein wäre. Es ist nun so, da müsste der Euro extremst hoch gehen, was den DAX dann auch unterstützen würde. Und wenn wir uns das im Konten der Korrelation mal anschauen, dann sehen wir, dass der DAX auf der einen Seite tatsächlich wieder etwas zugelegt hat oder versucht etwas zuzulegen und auf der anderen Seite der Euro aber nicht nach oben wegkommt. Das heißt, dieses nach oben nicht wegkommen ist eigentlich das Risiko an dieser Korrelation. Das heißt, wenn der Euro nicht weiter steigt, dann dürfte erst der DAX hier auch erstmal im gewissen Rahmen konsolidieren. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Der DAX ist ja wie gesagt im Konsolidierungsmodus. Ist das jetzt nur eine Verschnaufpause oder der Anfang einer Korrektur? Ja, also wenn wir auf den DAX-Chart sehen, dann sehen wir, dass wir im Moment erstmal eine gewisse Widerstandslinie ungefähr bei 8.690 herangelaufen sind. Und von dieser Seite her haben wir Konsolidierungsbedarf im gewissen Rahmen etwa bis 8.430. Das ist so der Bereich, in dem man sich erstmal bewegen wird. Ich gehe davon aus, dass wir erstmal keine Allzeithochschnitten machen. Aber in dem Chart sehen wir immer noch diese 8.800 als Hintergrund. Das ist immer noch möglich. Aber ich gehe davon aus, dass wir in dem Oktober, in dem wir uns im Moment befinden, eher in eine Konsolidierung übergehen im Gesamtverlauf des Marktes. Schauen wir uns den DAX auch in Dollar an. Was fällt hier auf? Ja, das ist ganz interessant. Wenn man mal sieht, als amerikanischer Investor hat man in Deutschland investiert. Dann ist natürlich der Euro entscheidend. Und hier sind wir tatsächlich exakt an die Linie herangelaufen, an das Hoch von 2008. Im eigentlichen DAX-Index ist es ja schon längst überschritten. Aber hier sehen wir also ganz deutlich, dass wir an diese Linie herangelaufen sind von 2008. Und das heißt, als amerikanischer Anleger kann ich sagen, okay, ich habe mein Geld zurück und könnte hier auch an dieser Stelle aussteigen, sowohl beim Euro als auch beim DAX. Das heißt, wenn wir beim Euro nicht weiterkommen, wäre das ein echter Grund für amerikanische Anleger oder ausländische Anleger in Deutschland, sich hier erst mal aus dem Markt zurückzuziehen. Dann kommen wir jetzt zu den Währungen. Wie schlägt sich denn gerade das Währungspaar Euro-Dollar? Tja, das ist das, was ich gerade angesprochen hatte bei Euro-Dollar. Wir kommen im Moment einfach nicht nach oben hinweg. Wir haben zwar gestern ein neues Hoch für die letzte Zeit gemacht mit 1,3588. Aber wie man sieht, ist das reine Konsolidierung. Wenn wir unter 1,3450 fallen würden, dann würde das erst mal auch wieder etwas Möglichkeiten nach unten ergeben. Also es fehlt die Dynamik nach oben, obwohl der Dollar ja gegen viele andere Währungen schwächer ist. Das heißt, mit anderen Worten, ich gehe auch hier erst mal davon aus, bei Euro-Dollar, dass wir in einer Konsolidierung erst mal uns befinden werden und nicht nach oben hinweglaufen werden. Sie haben es gerade schon gesagt, der Dollar ist gerade gegenüber vielen Währungen gerade eher schwächer. Das fällt besonders beim Schweizer Franken auf. Der ist gerade sehr stark gegenüber dem Dollar. Woher kommt das? Tja, man könnte auch sagen, es ist eventuell eine kleine Flucht aus den Märkten oder als Vorsicht in den Schweizer Franken. Klar ist, wenn man sich das hier ansieht, wie intensiv der Dollar unter Druck ist gegenüber den Franken. Wir haben jetzt also gestern zum ersten Mal diese 0,90 erreicht. Und auf dem Chart sieht man, dass ein ganzes Gebilde von Schulterkopfschultern über dieser Marke steht. Das heißt, wenn die 0,90 nach unten durchbrochen würde, dann würden wir etwa bei 0,80 landen. 0,80 bedeutet auf der anderen Seite aber einen wirklich festeren Franken. Und das würde auch den Schweizer Aktienmarkt mit Sicherheit belasten. Dann kommen wir jetzt auch noch zu den Rohstoffen. Schauen wir uns heute mal den Zuckerpreis an. Hier gab es ja eine ziemliche Überraschung. Ja, es muss auch mal süße Überraschungen geben am Markt. Im Gegensatz zu vielen anderen Rohstoffen ist der Zucker sozusagen am steigen. Wir sind aus einer Keilformation nach oben ausgebrochen. Es wäre jetzt an der Zeit, eigentlich schon mal einen kurzen Rücktest wieder zu machen. Aber so wie die Umkehr verlaufen ist, hat das relativ Dynamik und könnte bis über die 20 hinaus ansteigen. Nicht so prickelnd ist hingegen gerade der Goldpreis. Worauf müssen wir uns hier in der nächsten Zeit gefasst machen? Tja, der Goldpreis kam ja jetzt in den letzten Tagen extremst noch mal unter Druck. Speziell gestern haben wir die 1.300 nach unten verlassen. Ist kein gutes Zeichen, die 1.300 nach unten zu verlassen. Wenn man im großen Rahmen die Retracements jetzt aufzeigt, dann muss man davon ausgehen, dass wenn es in den Bereichen, wo wir im Moment sind, keine größere Unterstützung gibt, dass wir dann noch mal sogar bis 1.165 fallen. Das wäre das Retracement, was wir bei den letzten Abwärtsbewegungen nicht erreicht haben. Also es ist regelrecht schade, dass wir an dieser Stelle unter diese 1.300 gefallen sind. Aber insgesamt ist es natürlich auch ein Vorsichtszeichen für die restlichen Märkte, wenn Gold in dem Maße fällt. Wir wissen, wenn das der Fall ist, dass dann auch im Grunde genommen gewisse Signale in den anderen Märkten vorhanden sind. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Chris Fehrmann, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, schönen Tag noch. Danke ebenfalls, Chris. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Anschauen können Sie sich die Sendung natürlich nochmals im Internet unter drf.fm. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche hier an dieser Stelle wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, auf Wiedersehen.